Was ist denn ein Mondmobil? Nein, Pfumuckl, nicht ein Mondmobil, sondern ein Wohnmobil. Das ist ein Auto, mit dem kann man fahren und schlafen. Ui, ein Bett im Auto? Ja, und da gibt's sogar noch eine Küche drin. Ui, 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 so muss ich mich ja sofort anschauen. Ja, genau, das machst du, dann kann ich jetzt in Ruhe arbeiten. Ich will auch noch eine. Nein, die kann mir. Die nächste kriegst du. Wenn die zwei starten, freut sich der Drittel. Also bekomme ich die nächste. Leute, wartet, jeder bekommt eine. So, darf ich jetzt auch mal an den Hahn? Was? Ich brauche Wasser für mein Mobil. Muss ausgerechnet jetzt sein? Ja, das muss ausgerechnet jetzt sein, junge Dame. Im Übrigen würde ich darum bitten, diese Ballonreste sachgerecht zu entsorgen. Denn gerade Kunststoffe werden nur sehr langsam abgebaut. Und sie können Ökosysteme und Lebewesen schwer schädigen. Also, bitte. Darf ich jetzt? Aber nur kurz. Ja, ähm, ich danke. So. Ja, äh, hat's! Ah, ja, ha, 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 ha. So. Das dauert jetzt aber nicht ewig, oder? Nein, nein, das geht ganz rasch. Na nun, was ist das denn jetzt? Gibt's denn sowas? So eine Bodenlose. Was fällt euch ein? Wir, aber wir waren das nicht. Ach nein, wer denn sonst? Ja, aber wir waren das wirklich nicht. So sinnlos wie die Tat ist deren Leugnung. Nein, ich fordere eine Entschuldigung. Ich, äh, eine Entschuldigung? Ja, und zwar auf der Stelle. Aber wir waren hier. Geh schlafen! Dann sehe ich mich gezwungen, eure Balance zu konfiszieren. Und zwar so lange, bis ihr euch entschuldigt habt. Ihr wisst ja, wo ich wohne. Aber das, das, das können sie nicht machen. Das, das dürfen sie nicht. Das werden wir ja sehen, ob ich das kann. Spinnt der? So eine Gemeinheit. Wegen Umwelchverschmutzer. Er ist doch selber der größte Umwelchverschmutzer. Mit seinem fetten Wohnmobil. Ja, genau. Braucht doch mindestens 100 Liter auf den Kilometer. Ja, genau. Und seinen Scheißköter. Ja, genau. Da furzt den ganzen Tag das Klima kaputt. Richtig. Scheiß Klimahund. Ja, genau. Und was machen wir jetzt? Ist doch klar. Wir holen uns die Luftballons zurück. Ja, genau. Und wie? Keine Ahnung. Entschuldigen tue ich mich jedenfalls nicht bei dem Arsch. Auf gar keinen Fall. Bevor ich mich bei dem entschuldige, da entschuldige ich mich lieber bei niemandem. Ja, genau. Wollten wir nicht ins Schwimmbad? Ja, wir gehen ins Schwimmbad. Ja, genau. Wollten wir's nicht drauf. Oh, ei. Oh, ei, ei. Oh, ei, ei, ei. Oh, ei, 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 ei. Oh, hay, like. Also, dieser Geweih der Schmauch. Der hat einfach die Luftballons gestohlen. Oh, ei, oh, ei, ei. Wer? Der Burke? Also, das ist ja ein ganz gemeiler Umweltverputzer. Und sein Hund ist, der braucht 100 Meter für ein paar Liter. Und Pupsen tut er. Also, das ist ja verboten. Ui, 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 ui. Habt's denn geh'n? Die Kinder haben nichts gemacht. Ja, und du? Und ich, ich habe noch nichts gemacht. Nichts, ja, so, so.